Das Institut für Integrierte Produktion Hannover bietet im Rahmen des Kompetenzzentrums Expertise in den Bereichen Automatisierung, Big Data in Produktion und Logistik und zeigt innovative Ansätze der Fabrikplanung und Fabrikbewertung. Die Expertenfabrik des IPH befasst sich mit der Digitalisierung und Automatisierung innerhalb der Produktion. Innerhalb der Expertenfabrik haben wir ein fahrerloses Transportsystem ausgestellt, mit dessen Hilfe interessierte Besucher hautnah ein Beispiel der Automatisierung der Logistik erleben können. Die Expertenfabrik hilft kleinen und mittelständischen Unternehmen zu erleben, wie schon kleine Veränderungen der Logistik die Effizienz ihrer Produktion steigern kann. Die Expertenfabrik